Euregio Family Pass, so nennt sich die neue ab Juni gültige Vorteilskarte, welche den bisherigen Südtirol Pass Family als Fahrausweis für den öffentlichen Nahverkehr in Südtirol ersetzt und zugleich Vorteilskarte für Ermäßigungen in über 150 Geschäften und Einrichtungen in ganz Südtirol ist. Euregio Family Pass ist eine gemeinsame Initiative der Familienagentur und der Landesabteilung Mobilität. Die Euregio Family Pass Vorteilskarte ist ein neues Projekt, ein schönes Projekt. Es ist eine Vorteilskarte für Familien in Südtirol, aber dann auch auf Euregio Ebene und ist gekoppelt mit dem Family Pass in der Mobilität und deshalb natürlich auch im öffentlichen Nahverkehr nutzbar. Es sind heute schon 40.000 Familien, die den Südtirol Pass in Family Variante in der Tasche haben und beginnend mit Juni 2017 wird dann auch dieser Euregio Family Pass an alle hinzugeschickt. Ich denke, es ist ein tolles Projekt, weil auch dann im Laufe des Jahres 2017 die Euregio erstmal spürbar wird. Ab 1. Juni 2017 wird der Euregio Family Pass den Südtirol Pass Family ersetzen. Mit 1. Juni werden wir 40.000 Nutzern des Südtirol Pass Family die neue Karte zusenden, den Euregio Family Pass. Die ist dann nicht mehr weiß und blau, sondern die wird dann weiß und rot sein und die muss aktiviert werden. Und dann haben die Familien, 40.000 Familien in Südtirol, den Vorteil, dass sie günstig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können und zusätzlich verschiedene Vergünstigungen haben können in Geschäften, bei Institutionen und so weiter. Der Südtirol Pass war eine überaus erfolgreiche Innovation im Mobilitätsbereich. Nun entwickelt sich der Südtirol Pass Family zu einer richtigen Vorteilskarte. Wenn man über Südtirol Pass redet, dann eigentlich denkt man sofort an die Benutzbarkeit dieser Karte, nicht nur, was eben die Mobilität anbelangt, aber auch für eventuelle Erweiterungen, die damit auch möglich sind. Und die Initiative, die heute eben vorgestellt wurde, ist sicherlich etwas Besonderes und uns bei vielen Angelegenheiten auch eine Hilfe bedeutet. Mobilität ist eigentlich und macht kein Alt vor Grenzen. Und deswegen war es richtig, dass wir auch durch eine Kooperation über Trentino und Tirol die Aufgabe der Karte auch erweitern können. Wie der Südtirol Pass muss auch der neue Euregio Family Pass vor der Nutzung aktiviert werden. Und zwar online unter www.suedtirolmobil.info www.suedtirolmobil.info www.suedtirolmobil.info